Klar ausgedrückt. Klerkot! Buklater! Germani wurde öfter mit einem schnellen Stich zum Visier, trifft aber nicht. Ich will Blut sehen! Buklater! Und Germani, los! Buklater! Wer sich die Namen nicht merken kann und trotzdem anfeuern möchte, kann auf die Farbe rufen. Zum Beispiel Gelb oder Weiß. Gelb, reißen Sie den Kopf ab! Achtung, Kacker! Germanicus fällt zu Boden. Was sagen die Schiedsrichter? War ein Treffer dabei? Schiebung! Ja, er hat ihn umgeschoben, das ist richtig. Ein Treffer, sagen die Schiedsrichter. Der Kampf geht weiter. Buklater! Absolut! Jetzt! 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 Angetäuschter Schnitt über den Rücken. Polus lässt sich nicht von einem Neuling beeindrucken. Buklater! Sie sehen übrigens, wir haben hier zwei Schiedsrichter. Gladiatoren-Spiele waren kein sinnloses Abschlachten. Es gab durchaus Regeln, die eingehalten wurden. Lass ihn in den Boden! Er weiß, es ist der Neuling, er muss sich übrigens jetzt verdienen. Polus hat die Schnauze voll und versucht es mit mehr Gewalt, weil Gewalt nicht gereicht hat. Anscheinend funktioniert es gut. Ja, feuert die Hand, das ist anstrengend. Ein Sprungangriff, sehr gewagt von Polus, aber nicht von Erfolg gekrönt. Ja, Germanik uns entscheidet, um das Ganze aufzugeben. Wir möchten in den Nachhinein. Ja! 5月! 5. 5. 5. 5! 5! 15! 13! 15! Vielen Dank.